Oh, Sunny? Mom? Und John? Äh, ach, das war's. Du steckst in so großen Schwierigkeiten, mein Junge. Äh, Mom. Halt den, er war erwarnt. Das klären wir mit deinem Vater. Kann ich mir nicht eventuell noch was anziehen? Nein, wir sprechen uns später. Warte, was war das? Oh nein, oh nein. Ich glaub, es war schon wieder dieser Trank. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich kann das alles nicht mehr. Ich muss es Ben-Ben sagen. Und ich sollte hier auch schnell verschwinden. Ich hab jetzt für ihren Freund noch kein Haus, deswegen, ähm, der wohnt jetzt einfach in so einer Wohnung. Ben, Ben mach auf. Wie konnte sie nur? Oh, es hat geklingelt. Hallo? Ben. Sie umarmt ihn jetzt so. Was, was willst du? Was ist, ist denn los? Denkst du eher ernsthaft? Ich weiß nicht, nichts von dir und diesem Typen. Was? Aber Ben, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Aus deinem Fenster. Du solltest dir die liebe Vorhänge besorgen. Aber ich, darum bin ich hier. Ich, ich will dir das eher erklären. Es gibt nichts zu eher erklären. Und jetzt raus. Aber Ben, bitte. Nein, und jetzt verzieh dich. Eher, das ist nicht so. Ich bin jetzt zurück.